tag 26 26 Dann was tun wir heute? 35 Burpees, 70 Beinheben pro Seite und 130 Sit-Ups. 70 pro Seite? Ja, also quasi zusammen 140. 130 Sit-Ups. Ja, schaffen wir doch locker. Ja, machen wir hin. Nichts. Nichts. Und... Bis zum nächsten Mal. 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 35 Liegestützen, 120 Mal Becken heben und 110 Ausfallschritte. Ja, also 110 Ausfallschritte insgesamt. Ja. Ja. Machen wir doch. Ja. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020